Linguistik in etwas mehr als 120 Sekunden. Nummer 48. Der philosophische Diskursbegriff nach Habermas und seine Rezeption. Jürgen Habermas gilt als der Begründer des modernen Diskursbegriffes der Philosophie. Als Diskurs definiert Habermas durch Argumentation gekennzeichnete Kommunikation. Das Argumentieren selbst ist der Gegenstand der Untersuchung. Dabei werden problematisch gewordene Geltungsansprüche thematisiert. Wahrheit, Verständlichkeit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. Die ursprüngliche Voraussetzung für die Teilnahme an einem Diskurs ist laut Habermas die Vernünftigkeit. Da allerdings erst im Diskurs bestimmt wird, was vernünftig ist, führt dies zu einem Zirkelschluss. Um diesen zu vermeiden, setzt Habermas die Vernünftigkeit mit den eben genannten Geltungsansprüchen gleich, die nun die Voraussetzung für den Diskurs bilden und zur idealen Sprechsituation führen. Wenn es um den Habermaschsen Diskursbegriff geht, wird damit meist auch Karl Otto Apel in Verbindung gebracht. Das zentrale Anliegen seiner Diskursttheorie ist die Letztbegründung ethischer Prinzipien. Somit schafft er eine Diskursethik, wie sie in abgeschwächter Form auch bei Habermas vorliegt. Der wesentliche Unterschied zwischen Habermas und Apels Diskurstheorie besteht darin, dass sich Habermas nur auf allgemeine Diskursregeln bezieht, während Apel eine Legitimation der Moral aus der Anerkennung des Diskurspartners folgert. Dies bezeichnet er auch als Verantwortungsethik. Dabei kommt es allerdings nicht auf den guten Willen an, sondern darauf, dass das Gute geschieht. Ein weiterer Rezipient ist Rainer Forst, der ein Schüler Habermas war. Er arbeitete gemeinsam mit ihm und John Rawls und diskutierte über Themen wie Pluralismus, Gerechtigkeit und Grundprinzipien eines demokratischen Staates. Er entwickelte als Dissertationsprojekt eine Diskurstheorie der Gerechtigkeit. Die Diskurstheorie muss in den Sphären des Rechts und der Politik eingebracht werden, damit der Begriff der Gerechtigkeit mit der sozialen und historischen Realität vermittelt werden kann. Die spanische Philosophin Adela Cortina kritisiert den bei Habermas vorliegenden pragmatischen Sozialismus, der die Autonomie vernachlässigt. Ihr zufolge läuft seine Diskursethik Gefahr, eine Ethik ohne Moral zu werden, denn Habermas liefert keine Handlungsanleitung für das einzelne moralische Subjekt. Die Diskursethik befasst sich nicht mit der Gesinnung, weil die Gesinnung der Bewusstseinsphilosophie zugeordnet wird. Der praktische Diskurs gibt nicht den Inhalt einer idealen Argumentationsgemeinschaft wider, deswegen benötigt man den moralisch guten Willen, damit sich der Diskursteilnehmer das Ergebnis eines idealen Diskurses vorstellen kann. Der handelnden Person muss eine innere Freiheit zugeschrieben werden, die als Begründung der Moral zu betrachten ist. Des Weiteren muss das Subjekt das moralische Urteil einschätzen. Autonome Individuen müssen geschützt werden, damit die Gerechtigkeit ihren Zweck erfüllen kann. Um als Moraltheorie zu gelten, muss die Diskursethik also die innere Moral des Handelnden und das autonome Urteil beachten. Ohne dies und den guten Willen gibt es keine richtigen moralischen Normen, sondern nur politische, religiöse und juridische. Ist dies nicht der Fall, löst die Diskursethik das Moralphänomen auf.